Also hier haben wir ein Merino-Schwein, auch hier sind die Locken zu lang. Setzen wir ein Stück nach hinten. Hier sieht man, sie sind zu lang. In der Länge kann man nicht mehr mit den Fingern durchgehen. Es ist auch total verfilzt, leider unten, was der arme Kerl natürlich auch nicht schön findet. Das heißt, hier haben wir wieder das Problem, abschneiden. Hier, blem Schatz. Jetzt wieder leicht von oben runter, weil sich die, das ringelt sich dann von ganz alleine wieder hin. Bleibt mal hier. Bleibt mal hier. So, und dann hier auf Bodenlänge. Dann hat man nämlich hier die Fellfülle wieder. Und kann jetzt hier mit den Fingern durchgehen. Bei Merinos und Texel ist es generell so, dass man nur die Finger nehmen sollte. Weil mit einem Kamm ist das echt Quälerei für die armen Tiere. Deswegen ist es so wichtig, dass man sie bodenlang abschneidet. So. Genau. Sieht deutlich gepflegter aus und kann das auch selber besser pflegen. Wie man sieht, das findet er super schön. Ich habe zwar leider gerade kalte Finger. Ja, deswegen ist es nicht ganz so angenehm, ne? Aber dieses Streicheln ist so unglaublich wichtig, damit die Locken gepflegt sind. Und ich denke, man sieht jetzt schon den Unterschied, dass die Locken ganz anders fallen. Fluffiger. Einfach nur mit den Händen durchgehe. Immer schön vorsichtig. Oh ja. Genau. Ja. Jetzt ist da viel mehr Fluff drin, ne? Mein kleiner. Viel mehr. Ringelungen auch. So. Das gleiche natürlich auch am Popo. Hübschen sitzen, Schatz. Hübschen sitzen. Hier erstmal mit den Fingern gucken, wie weit es filzig ist. Es ist leider sehr viel Filz. Na mir, Schatz. Filz immer so ein bisschen hier versuchen auseinander zu ziehen. Ja, es krabbelt. Bleib hier. Das findet ihr hier nicht gut. Gehen wir hier mit der Schere nochmal nach. Ich nehme an, dass da hier sind Haarlänge wahrscheinlich schon drin. Das heißt, es gibt an der Stelle eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es abschneiden oder baden. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob das Eivomek hilft, anschlägt, dass die Haarlänge da nicht. Ansonsten werde ich ihn wieder rasieren müssen, was ich schon mal machen musste. Ach, ich mache es einfach ab. Ja. Hier bleiben. Was er so empfindlich reagiert, zeigt eigentlich, dass es Haarlänge sind. Ja, dann krabbelt es nämlich schon auf der Haut. Ich habe doch mal sitzen, Schatzi. So, gerade schneiden. Und auch hier sieht man jede Menge Filz, jede Menge Pipi. Weil er sich selber nämlich nicht sauber halten kann, wenn er hinten nicht dran kommt. Jo, jo, jo. Hier muss ich aber nicht mehr so viel machen. Habe ich nämlich vorhin schon gemacht. Das heißt, hier wieder bodenlang schön für die Tischkante abschneiden. Und wie gesagt, mit den Fingern durcharbeiten. Und wie gesagt, wakes ich nicht mehr so viel.